Yo, wir sind wieder dabei. Alles klar. Dann zeig mal den Weg, mein Freund. Was ist denn da für ein grüner Punkt da hinter mir? Welcher grüner Punkt? Ne, meistens kann man da recyceln. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ne, da vorne müssen wir jetzt hin. Wir müssen jetzt zu Davidmoor. Achso, yo, ich seh schon. Ich hab irgendwie noch drei Questen offen und eine ist schon davon fertig. Ich hab auch, aber für die obere müssen wir, also für die lila, also... ...orange ist das, glaub ich. Ja, orange. Okay, warte mal, ich geh mal in die Karte auf. Ich will mal eben weggucken. Äh, okay. Hä, warum hab ich jetzt schon wieder ne Geldsperre? Ne Münzsperre? Warum? Ich weiß es nicht. Achso, weil ich jetzt wieder den Server gewechselt hab, okay. Idiot. Boah, ne, ne? Musst du das nochmal bestätigen? Ja, warte mal, Frank, ist das jetzt hier so? Ne, okay, ich bin offen. Okay. So, ähm, wo bist du jetzt? Ach, da, okay. Hä? Achso, da, okay. Was machst du da? Ich kill Viecher, damit ich dann ne Stufe krieg. Hast du nicht mal ne Stufe? Ne, du hast auch 7. Ja, aber du bist doch höher gewesen als ich die ganze Zeit. Ich bin jetzt, äh, fast in der Mitte von den Balken unten. Ja, ich nicht. Okay, dann skill dich mal. Ja, egal. Hier, jetzt kill die Viecher hier doch. So, okay, ja, ich seh schon. Okay. Du musst jetzt die Dinger da vorne jetzt hier killen. Vier von den Schatten klauen und vier von den Dunkelsperren. Und hier so ein komisches Portal deaktivieren, das ist mir auch noch. Ja, wir haben sehen, er läuft gleich. Alles klar. Ich brauch dich gar nicht, Palle. Ich hab's gemerkt. Erstmal hier ein bisschen... Jetzt wird der Gerät hier platziert. Der Gerät schwitzt nicht. So, was brauchen wir jetzt noch? Achso, hier, ey, da ist einer, ne, ein Endboss. Warum rennst du weg? Ein Endboss? Hier ist kein Endboss. Da, wo du gerade das Portal aktiviert, das ist gerade einer. Nein, aber der ist, der ist, die sind tot. Hier kommt keine Endbosse. Ja, egal. Also vorerst nicht. Da ist auch ein Vier unter Wasser. Wieso ist er da? Weil es auch... Ja, weiß ich nicht. Weil es ist auch eine See, äh, so ein Fisch. Kann ich ihn töten? Kannst du machen, aber das ist jetzt nicht existenzieller Teil unserer Quest. Ich werd mal gucken. Okay, das geht echt. Ich kann dich über Zeit heilen. Hier, guck dir das an. Oh, Halle, Julia. Ja, das Teil können wir auch noch eben klären. Ja. So. Warte mal. Wo bin ich jetzt gerade? Oh. Oh. Oh, wow. Oh. Pünderst du die eigentlich nicht? Doch, immer. Okay. das hier ist so ein Rissgedöns, Dunkelriss oder Todesriss und wenn das, da kommt das, geht das ist glaube ich bis 5 bei den meisten und dann wird die Welt hier wieder neu generiert muss man eben die CD eben wechseln ein Traum dieses Game jetzt bin ich auch wieder da 5 haben wir wie viel brauchen wir? 8 so jo da Schattenschnitter ist der letzte den wir jetzt killen müssen aus dieser Welle jetzt ne jo jetzt müssen wir da hinten rüber nein jetzt kommt die nächste Welle so jo das machen wir jetzt bis zum Ende dann kriegen wir wieder Planarit Planarit ist so ne Währung dafür kannst du dir ziemlich gute Gegenstände kaufen wird dabei später im Spiel nochmal erklärt ja achso achso woher hä achso mal greif doch einfach die Viecher an ja dann läufst du mal verwirrt in der Gegend rum ja weil irgendwie meine Maus war ein bisschen spinnig du hast ja auch ne Schrockmaus ach halt die Fresse du musst du mal alles alleine machen hier ich hab doch jetzt gerade drauf gehauen ja einmal bei 5 Viechern ach oh das sieht schön aus mit Viechern das hatten wir gerade aber auch schon hier oben hier oben achso hier oben rechts wird so ein Knubbel klicken Ihr habt momentan 3 Questbelohnungen in Vata, also Warteschlangen Und zu allem kannst du die Quest abgeben Aber wo steht denn, dass ich diese Quest brauche, weil bei mir steht hier gar nichts Oben rechts hier Was? Ja, was? Komm wieder weg hier Da ist aber noch einer, ne? Ne, der stirbt doch jetzt auch gleich, so wie der letzte Achso, ja stimmt Stufenaufstieg, herrlich Herrlich Ich hab 3 Fettige Quest, also wir geben die jetzt gerade ab Wir sind gerade auf dem Weg zu 2 Quest 2 Quest, das macht's gut So, dann bin ich Ich habe Arbeit für uns erwähnte Und die nächste Richtung Viel Glück Ok, da können wir die nächste abgeben Die können wir da gleich abgeben, oder? Ah, gut euch zu sehen Achso, wieder was auswählen, was nehmen wir denn mal Blablabla Nimmst du immer das Platte-Ding hin Eine Platte? Ja, und wenn es keine Platte gibt, dann nimmst du die Waffe, die am besten für dich ist Mit Stärke und Ausdauer drauf Achso, jetzt können wir hier wieder 2 Questen annehmen Gute Reise Hallo Annehmen Gute Reise Alles klar So Ich nehm das hier oben Achso Achso Warte Grana Plun Achso Na Plan In Jahren gefertigt Stimmt, ok Jute Stoff und so darfst du nicht verkaufen, das ist wichtig Aber dass wir Jute Stoff hast Lederstück habe ich 2 verkaufe ich Jute Stoff habe ich, ok Nimmst Pfff Ähm 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 Okay Jo, ich bin unterwegs So, du bist schon weggelaufen? Na ich lauf hier, ich schüpf hier in der Gegend rum So,ja Jetzt haben wir nächste Quest Da hinten Sind an den Berg hoch Och der ist mir aber zu steil Gibt's keine Rolltreppe? Heute nicht Okay. Ba-ba-da-da. Ba-di-da-da. Achso, hier, okay. Hier müssen wir hin. Ähm... Die Karte war M, ne? Yo. Die müssen wir hier oben so Viecher zu killen. Die Karte ist aber auch groß, ne? Das sind... Ja, schon. Machst du denn da hinten? Ähm, ich verprügelt gerade jemand, weil der mich angerissen hat. Aber die brauchen wir auch. Achso, du bist da hinten, du bist da. Ich dachte, du bist da unten. Wir müssen da eh hoch, also musst du nur die Viecher hier an den Wachen killen. Alles klar. Jetzt hoch, ne? Nimmst du den Linken nicht den Rechten? Ja, kann man mal. Die sind auch Stufen ab. Äh, passen die sich eigentlich gegen Stufen an oder nicht? Nein. Okay. Jute Stoff. Ach, die haben wir ja schon. Wir brauchen noch einen Mystiker. Ja, aber so können wir uns wenigstens noch ein bisschen aufleveln, ne? Das Leveln, das ist Schwachsinn. Weil sonst ist ja fast wieder weniger XP. Ja, das stimmt auch wieder, aber... ... 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 So, wo bist du denn jetzt da? Achso, hier, die nächsten Christen annehmen. Die kannst du direkt durchmachen. Warte, jetzt muss ich noch eine Ebenenladung eben einmal benutzen. Allgemein, auserwählten Kräfte. Zorn der Auserwählten. So, jetzt bin ich größer als du. Warum? Weil ich's kann. Ach, was ist das denn hier? Achso, annehmen, Schütze zu erheben. Außerwählte finden hier immer etwas. So, ich bin wieder fast von Level up. Oh, da ist ein, was ist das? Ist das ein Artefakt? Jo, Artefakt sammeln. Warte, ich guck mal eben hier im Briefkasten. Doch, ich hab wirklich Post. Einen Gegenstand hab ich gekriegt. Was denn? Eine Börse, hier. Börse, warte, achso. Börse des Geldsachs. Äh, Account. Ach, Probe-Account. Ihr könnt den Gegenstand nicht anwenden, okay. Ja. Gut. Ja, wenn du das Spiel später ja, wenn du da so wirklich echt kaufst, dann kannst du alles anlegen. Ja, das werden wir heute noch zukommen, wa? Oh, shit. Ein Handler. Zwei Handler. Blöder. Okay. Hier ist eine Quest wieder zum Annehmen, dann machen wir erstmal die alle kaputt hier. Ne, 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 war gleich an. Ja. Im Wasser ist auch noch eine Quest. Okay. Große Sonne. Ich weiß, ihr seid dazu imstande. So, wir haben dann den nächsten da unten. Hast du die Quest hier angenommen, ja, ne? Ja, hab ich gemacht. Oh, Stufenaufstieg. Ach so, warte, jetzt mach ich mal eben meine Sammelpunkte, die geb ich mal eben noch. Zack. Ach so, da, warte, die du gerade gekillt hast, da kann ich was nehmen. Ich brauch das Geld hinterher. Zack. Okay. Bam. Headshot voll ins Knie. Ab wie viel Gold kriegt man so ein Bronze-Ding? Gold, äh, Bronze-Geld. Was ist Bronze-Geld? Hä? Ja, das nächste Geld, nach Gold, hier, ähm. Platin, nach 100. Okay. Jetzt bin ich auch Leveler. Fein. Oh. Oh! Ah, im Wasser ist der Quest. Stimmt, hast recht. Bist du noch unter Wasser? Ja. Forex bestimmt gleich. Ja, hab's auch halb voll. So, machen wir die nächsten mal, Schrott. Bist du nur so Items nur noch sammeln? Ja. So, warte, Questabschluss. Greif mich denn da an? Hinter dir. Jo. Du bist da oben. Wie, hä? Wo bist du denn? Ich bin hier oben in einem Häuschen drin holen. Wir haben das Quest-Item. Ach, du bist oben. Ich wundere mich. Hey, ich steh genau auf den Punkt. Warum ist denn da keiner? Jo. Alles klar, dann sag mal. Wir müssen jetzt hier so, so Dinger einsammeln. Ja, ich seh schon. Hier hast du die Quest. Rechts ist eine Quest noch zum annehmen, ne? Nein. In diesem Fall er will ein 18 und höher. Achso, stimmt. Naja, für solche billigen Verhältnisse rauche ich auch billig. Guck mal nachher. Jetzt komm, geh mir nicht auf den Piss. Hahaha. Hallo, Fischchen. Mal, was greifst du mich an? Willst du auf die Fresse? Jetzt greift die mich echt an. Na, die Biersch... Ähm... Stoffrüstung... Mal, was? Hast du nicht? Nö. Ja gut, ich hab passen gedrückt, nämlich gerade. Ich auch. Ja. Hau da mal Helm drauf dran, ich hatte Dinge in die Eins. Ja. Bist du mir jetzt auf einmal... Bleibst du stehen? Ja, ich bin schon mal hier Richtung. Ich auch. Gut. Du Schwuttele! Was ist er denn? Hier. Da. Äh... Ach da, ja. Seid herzlich willkommen! Ach so, wieder was aussuchen hier. Lederschuhe... Schuhe... Pantoffeln... Jo... Wir müssen noch im... Ich muss... Wir müssen jetzt nochmal zurückgehen. Das ist ein erstes Gebiet. Okay. Na warte, jetzt hab ich noch eine Quest zum abgeben. Dafür hast du auch schon. Bietet ihr Hilfe an? Bietet ihr Hilfe an? Da ist so eine Quest wieder zum Abnehmen hier bei der Eulen rum. Ach so, steht da ja. Da ist eine wiederholbare, die mach ich eigentlich gar nicht. Ach so, jetzt hab ich die gedrückt. Na egal. Ja, ja. Ich muss jetzt nur mal hier... Ich muss jetzt nur mal da hinten hin. So eine Quest abgeben. Mach mal... Geh mal auf P. Warte. P? Allgemein. Ne, auserwählten Kräfte. Äh... Auserwählten Kräfte. Ja. Und dann mach einmal Zorn der Auserwählten. Warte, Zorn der Auserwählten. Warte, Zorn der Auserwählten. Ach so, yo. Das hast du da vorne eine Quest zum abgeben, wo ich gerade hinlaufe. Ja. Wie lange nehmen wir jetzt auf? Ähm, ich seh das hier nicht. Dann müsst ihr einmal auf meinen Desktop, weil das mach ich jetzt gar nicht. Ich guck gleich. Wir machen ja gleich eh erstmal eine Aufnahmepause und dann essen wir erstmal. Würde ich sagen, machen wir jetzt. Wenn wir nicht hier angekommen sind, machen wir Aufnahmepause. Ja, machen wir dann so. Ja, genau. Du musst es ja nicht bei dem hier, wo ich gerade vorstehe und tanze, dann müsstest du euch was abgeben können. Wo läufst du hin? Ja, ich bin gerade zu weit gelaufen. Ja. Okay. Abgeben und dann Aufnahmepause, ne? Ja. Lass uns mal wieder plaudern. Alles klar. Aufnahmepause.